So im ersten Klassenzimmer habe ich die abgelegt, auf der rechten Seite. Alter, was mache ich hier eigentlich? Ich habe immer das Gefühl, dass hier gleich irgendetwas passieren wird. Gott sei Dank. Aber seid ihr hier nicht so sicher? Denn jetzt habe ich einen Schraubenzieher. Und jetzt kann allerhand passieren. Wow! Alter! Doch, wer rechnet mit sowas? Bist du Deppert, Alter. Oh. Ich habe Spritzen. Ich glaube, das wird jetzt nicht lustig. Was? Ich gehe wieder rein. Wie ist das zu viel, Alter? Alter, Alter, bitte. Don't do this shit with me. Aber ich... Nein, ich habe nicht einmal einen Puffen. Scheiß drauf, komm. Alter, was seid ihr bitte für Gestalten? Boah, habe ich eine kranke Fantasie wirklich? Ja, man sieht überhaupt nichts. Von wo bin ich denn eigentlich gekommen? Muss da rein, gell? Ja. Hallo! Hallo! Oh. Was? Inventory Fool? Alter! Was soll ich denn jetzt noch weglegen? Ich weiß schon. Die Sicherung kann ich weglegen. Ich droppe die Sicherung. Nimm den... ...den Klassenraumschlüssel. Das ist wurscht. Ich lasse jetzt einmal die Sicherung da liegen. Das muss ich. Ich weiß nicht, was ich im Klassenraum kriege. Boah, diese Musik! Okay, das ist der Klassenraumschlüssel. Der bringt mir hier nicht viel. Ja, auf dich! Nein! Geficken, Alter! Da habe ich ja keine Munition! Was? Ich habe doch nachgeladen! Wieso kann ich nicht nachgeladen? Alter, was ist los? Alter, mach mal Spock! Das Spiel wirklich um Atom, Alter! Da habe ich doch meine VSP liegen lassen, oder? Wo ist die? Ich bin gerade ein bisschen sehr angespannt, Freunde. Aber sehr angespannt. Und jetzt? Und jetzt? Ah, der Exit-Key, ich verstehe schon. Besser deppert. Diese Musik im Hintergrund, wirklich, die ist abnormal. Boah, Gott sei Dank! So, jetzt muss ich die Sicherung holen. Die Sicherung holen. Ich glaube, da hat sie sich aufgerenkt. Jupp, hat sich aufgerenkt. Jo, Freunde, wir sehen uns dann gleich wieder in der nächsten Aufnahme. Tschüss! Jo, Freunde und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Aufnahme von Cry of Fear. Jo, das letzte Mal ist uns hier das Spiel abgeschmiert wieder mal. Ich habe den Spielstand wieder rekonstruiert. Habe natürlich den ganzen Horror-Blödsinn nochmal machen müssen. Ich habe sogar da eine Gänsehaut bekommen. Wie ihr seht, sie haben acht Munition noch. Ich habe mich wacker geschlagen, tapfer geschlagen. Wir nehmen jetzt die Sicherung und gehen hier einmal raus. So, die Türe hier hinten habe ich auch schon aufgesperrt. Die Monster habe ich auch schon erledigt. Das heißt, wir können hier ruhigen Gewissens hinausgehen. Ja, jetzt pisst es auch noch. So, hier hinten, hier ist eh nichts mehr. Nö, nö, nö. Was ich allerdings jetzt noch mache, ist mal ein Spritzer reinschmeißen. Ich habe nur meine Hälfte des Lebens. So. Und was ich auch noch mache, ist speichern. Und zwar hier. Juhu! So, und dann dürfen wir wieder zurückgehen. To the 6th Avenue. Da ist doch bestimmt irgendwas. Ich mag nicht mehr, ehrlich gesagt. Ich hoffe, da ist jetzt wirklich nichts mehr, weil, alter, ich bin schon schwach auf der Brust momentan. Was? Ach, da hätte ich den einsperren können. Ja gut, okay. Und ich hoffe, dieser Ketten-Zombie-Mann ist nicht mehr da. Da hat er auf uns gelauert. Ich glaube, ich hätte nur so einen Schlagstoff mitnehmen. Haben wir da ein Goodie? Nö, ein Speichergerät. Hm, speichern wir. 1 Uhr 6. Oh, schön. Gute Uhrzeit, um das zu spielen. Und da bin ich gekommen. The door is jammed. I cannot open. Muss ich hier? Ah, wartet einmal. Vielleicht kommen wir hier zur zweiten Sicherung. Weil ich biete mir nämlich ein, dass zwei kaputt waren, ist gestanden. Oh. Ich komme hier gar nicht raus. Okay. Muss ich so gehen? Jetzt schneit es auf einmal. Vorher hat es geregnet. Jetzt schneit es. Ah, nicht schlecht. Ich mag nicht mehr. Ist da irgendwas? Ich hasse so ein offenes Geländer. Ah, jetzt kommen wir von dort wieder. Okay. Habe ich euch schon gesagt, dass ich dieses Spiel hasse? Ich muss eine Fusion spielen. Ah nein, eine. Okay. Ich mag nicht. Haben wir da wenigstens ein Speichergerät? Irgendwo ein Speicher-Dings. Oh, komm. Ach nö. Bitte nicht schon wieder. Jo, Freunde. Ich mache wieder eine kurze Aufnahmepause. Irgendwie scheint heute Cry of Fear nicht zu wollen, richtig. Wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahme wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018